Cooler Krieg, ey. Woah, shit. Ich hab mich auch mal erwischt, ey. Irgendwo so ein kleines Viech. Wow, was soll ich sehen? Wenn eine Kugel wirft, der muss man ausweichen, ey. Gibt man gar nicht so viel mit, ey. Noch jemand, der leben muss? Nichts. Was hab ich noch für Waffe hier? Das ist alles so schwach. Macht überhaupt nicht Schabe. Genau, mit dem geht's auf jeden Fall. Beste Waffe ever vom Boss. Tja. Gut, dass'n die nicht kratzt. Soll ich hier schlechtes Gewissen? Jo, klar. Ist immer doof mit Balken. Lass mich. Deswegen mach lieber bei dir Balken und lass die Zuschauer Vollbild schauen. Aber es ist ein krasser Bosskampf. Das habe ich noch sehr spätes verstanden. Ihr lebt immer noch! Was ist das? Ne, für ne coole Sau. Boah. Scheiße. Ich weiß mich selbst, hast du 24 HP, ey. Ich komm gar nicht so groß hin. Ich komm gar nicht so groß hin. Die haben selbst gestorben. Ich seh gar nicht so groß hin. Ich seh gar nicht so groß hin. Ich treue ihn. Wah. Es gibt noch Beine zu killen. Halt Pupsi! Das ist krass. Was ist denn da so ein komisches Platz für so Lachen hier? Was ist denn da so ein komisches Platz? Konzentrier dich auf den Schmerz! Wir werden immer eine Schmiedsrichter versperrt. Einfach vor einstellen, wenn man nichts mehr sieht. Was ist denn da so ein komisches Platz? Was ist denn da so ein komisches Platz? Was ist denn da so ein komisches Platz? Oh! Bin ich jetzt weg vom Bosskampf? Ne, oder? Da komme ich jetzt gar nicht mehr durch. So. Ich habe gerade alles geschafft. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Es ist unwichtig, was heute geschieht. Dein Fall wird kommen. Ja, ja, schön. Wo ist die Kamera? Versteckt unter einem Haufen Chemieabfälle. Ich habe gesehen, was drin ist. Du kannst nicht... Oh, Moment. Du hast reingesagt. Die Kammer ist offen. Du musst umkehren. Die Macht in dieser Kammer. Mit einer Kette von Ereignissen lostreten. Charge. Die Kammer ist also offen, ja? Cool. Gut zu diesem Laserkern. So, jetzt komme ich wieder dahin. Oder müssen sie zurück? Ne, passt. Mal schauen zum Boss. Vielleicht gibt es da irgendwelche Loot oder so. Na egal, keine Ahnung. Wird schon passen. Nicht in den Lauf des Lasers gehen, wenn er feuert. Das ist offensichtlich von gerade. Nein. Äh, ich weiß nicht. Weil du vielleicht da bist, haben alle... Respekt! Du weißt schon. Mal warten, bis das hier wieder... Entwurscht wird das Ganze. Mal warten, bis das hier wieder... Entwurscht wird das Ganze. Ich habe noch mal grünen. ...wir weiß nicht immer. Hört er nicht mal? Zwischenzeitlich auch, oder warum? Ja genau, die Pupsi, die das wegschäle, anscheinend, ja. Ja, wie kann ich denn das hier? Ja, egal, sterbe ich halt. Schild aktiviert. Oh, nur wegen dem Schild braucht er doch nicht gleich aufzuhören, auf mich zu schießen. Nee, das ist ja das Loki. Schade, ich wollte halt... Nee, ist immer noch die gleiche. Ist immer noch die genau gleiche Mission hier. Schade, es war schon epische Kämpfe hier, hätte ich halt... Gern so... Ja, ich versuche halt immer zum Ende zu kommen, egal wie, ich versuche immer zum Ende zu kommen. Ich hätte gerne das Spiel richtig genossen, aber... Ja... Ja, ja, wisst ihr was? Draufgeschissen, was soll der Mist? Pff, ist vorbei. Kann ich nicht jedes Mal zwei Stunden warten, wenn ich ein bisschen was ändere mit dem Spiel? Das war's für heute mit Borderlands. Kann ich jedes Mal sagen, dass ich hier immer Kompromisse eingeben muss. Seit 18.30 Uhr probiere ich das Spiel irgendwie zu pausieren oder zu beenden hier. Das ist doch echt... WTF, man? Das... Kann ja nicht sein. Kann ja nicht sein, dass ich schon seit Stunden das hier probiere und dann immer noch nicht klappt hier. Das war's jetzt mit dem Spiel. Jetzt schicke ich schnell den Key raus und gut ist hier. Ja, immer noch dasselbe. Immer noch identisch in dem Raumsch, immer noch. Das ist ja... Du kannst keinen Break reinmachen. Hey Xylaka, Servus Christi. Hey Xylas, grüßt dich. Schön, dass ihr beide da seid. Wie geht's euch? So, jetzt ist das hier mit dem Spiel vorbei hier. Ich muss da schnell den Key raus schicken. Ich kann aber den Namen nicht kopieren. Ist ja doof. Selber schreiben oder was? Wie geht das? Edit at... Edit... Ich kann den Namen nicht kopieren. So geht das nicht. So... Na doch, hier geht's. Passt. Ich brauche nur den Link hier. Das verreckte PC erfasst, weil du das eröffnen müsst hier. Genau. Ähm... Borderlands. Okay. Jo. Ja, sorry Leute. Also ich hab ja schon versprochen, dass ich um halb sieben oder sieben oder abkommt. macht. Also ich dachte es mit der Quest 3 ist vorbei, aber... Keine Ahnung, es kam mir sowieso eine Endquest vor. Hat ewig gedauert. Ich wollte einfach nur... Ja. Schade. Wenn jetzt wirklich die Endquest wäre, dann habe ich das Spiel einfach nur so blöd gespielt, ohne darauf zu achten. Aber egal. Macht ja nichts. Ähm... Sag mal den hier 20... äh... 8 Uhr... 8 Uhr 26 PM... ähm... 19. 10. 2014... ja... Alles nicht immer... Läuft nie alles noch plan im Livestream. So ist das halt. Okay. So ist das alles. Fast. Okay. Justin ist der Key. Ich habe da zwei Spammeisterinnen von Loki, gleich mal weg mit denen, gleich mal weg mit denen. Bei wem denn? Bei deinen netten Freunden? Bei wem! Bei wem, bei wem!